Es geht weiter. Ich freue mich jedes Mal über diese Rüstung. Sieht so cool aus. Sieht fast ein bisschen zu stilisiert aus für Elden Ring. Aber sie ist gerade an der Grenze. Ich finde die echt top. Jetzt haben wir hier verdient. In die Kiste zu schauen. Riesiger goldener Bogen. Das ist Elden Ring. Was ich hier überhaupt nicht nutze, sind die goldenen Bögen. Wie viele habe ich denn davon? 29. Nicht mal besonders viele gefarmt oder so. Aber die könnte man jetzt hier auch nutzen. Es ist krass, wie viele unterschiedliche Buffs es gibt. Da wollte ich auch noch ein Video zu machen. Weil mir das auch selber hilft. Dass ich mich noch mal genau damit beschäftige. Vielleicht brauche ich das ja noch. Bis jetzt habe ich es nicht gebraucht. Aber die verschiedenen Buff-Kategorien. Weil mal so richtig zu verstehen. Welche Buffs gibt es eigentlich alles? Und wie funktionieren die zusammen? Das kann durchaus hilfreich sein. Dass man genau versteht, was funktioniert zusammen, was funktioniert nicht zusammen, was stackt und was nicht. Das kann ja viel ausmachen, wenn man sich das Spiel ein bisschen inbasteln möchte. Sozusagen. Stand-Norn sozusagen nach Süden. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Wir haben hier noch ein Ort der Gnade. Wir haben hier noch ein Ort der Gnade. Da müssen wir uns auch irgendwo nach unten gehen. Wie ist denn die Lücken hier noch im Boden? Waren wir hoch? Nein. Bäh, die Viecher. Ja. Fuck off. Nein, ich habe auch gerade den Double Jump gefolgt. Es wäre hässlich an diesem Fliegenvieh hängen geblieben. Ich muss beim zweiten Mal hier lang reiten. Beim ersten Mal war ich nicht recht aufmerksam. Es ist ein typischer Fehler beim zweiten Mal, dass ich dann hier hush-hush und in so einen Abgrund springe. Genau. Das wäre so typisch gewesen, was wir gerade für Mienen sehr gut wissen. Aufmerksam gewesen an der Stelle. Wie will ich den Maden hier rüber rotzen? Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich nicht in diesen Abgrund gefallen bin, in die beiden, die da sind. Und ich war richtig aufgepasst. Das war eigentlich typisch für mich gewesen. Aber tatsächlich nicht passiert. Kleine Freuden. Das mache ich ja ärgerlich, wenn so viele sind, dann kann einer so grabben mit so einem Schrott. Und all das. Mach die falschen Amulette, die ich wechseln muss. Jetzt muss ich ja langsam ein bisschen aufpassen. Ach komm! Das fände ich schon unfair oder nervig, wenn sie das so chainen können. Weil hier stehen ja fünf Leute um dich rum. Die könnten theoretisch ja diesen Moves alle nacheinander und gleichzeitig machen. Einigermaßen überlappen, dass du gar nicht mehr rauskommst. Aber das ist halt was ganz typisches, dass man diese Invincibility Frames hat. Nicht nur beim Rollen, sondern bei bestimmten anderen Aktionen. Sondern auch, wenn man gerade aufsteht. Wenn man einen Crit, einen Backstepper, jemand anders landet und so weiter. Von daher gibt es schon auch Elemente, wo ich ganz klar bewusst bin, dass man das nicht sehr beliebig, aber nur fies machen kann. Wovon dann auch keiner was hat. So. Ähm. So. 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 die Geräusche, die auch machen. Das war ganz schön lange, um es davon zu erholen. Von dem Angriff. Was ist das denn da drüben? So ein Topf und sonst wo. So. Wo gehen wir jetzt hin? Hier diesen Teil erkunden ein bisschen unter das Wasserfall. in Richtung Norden erstmal. Wo kommen wir hin da rüber? Wie lange? Okay. Mal gespannt, auf welches Sky-Do-Raum-Siegen-Level ich am Ende komme. Weil ich werde bestimmt einige übersehen haben. Es geht bis maximal Level 20. Level 17 sollte ich schaffen, glaube ich. 18 wäre gut. 19, ich könnte mir vorstellen, dass ich 19 und 20 nicht schaffe. Das Problem ist natürlich, was dann schwierig ist, es ist natürlich einerseits cool, dass man dann zum Erkunden motiviert wird, aber das Schwierige ist, wenn man halt nicht mehr genau weiß, wo du... Also, es ist sehr viel einfacher, das von Anfang an systematisch anzugehen. Als Nachhinein noch zu überlegen, wo habe ich vielleicht was ausgelassenes. Das kann dann schon schwierig sein. Da bin ich mal gespannt, wie es mir am Ende da geht in der Hinsicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn sie sich beim Balancing was überlegen, dass sie durch Playtesting und verschiedene andere Sachen ja durchaus da Werte haben und auch einfach durch das, was sie selber geplant haben, dass sie, sagen, als Standardwert, als das, was sie jetzt voraussetzen, als das, was sie erwarten beim Spieler... Die verhaue ich jetzt, sie sind einfach nicht glücklich, dem es verdient. Dass sie nicht sagen, davon ausgehen, dass man um den 20 hat. Das kann auch so ein Trugschluss sein, wo wir über diese Schwierigkeits-Karte-Diskussion gesprochen haben. Wenn Leute sagen, man kann überhaupt... Dann habe ich am Ende nicht 20. Das ist schlecht designt, dass ich halt dann... beim Endboss nicht 20 habe oder so. Aber es kann sehr gut sein, und ich würde sogar davon ausgehen, dass sie sozusagen sagen... Weiß ich nicht, das Level, auf dem wir den Boss getunt haben, ist 18 oder 17. Und bei einem einigermaßen gründlichen Durchgehen, also bei einem, ne, nicht durchrushen, sondern so normalen Spiel findet man halt vielleicht so viele Fragmente, dass man auf 16 oder auf 17 am Ende kommt. Und wer sehr gründlich spielt, hat dann auch natürlich mehr Waffen und höheres Rudenlevel und auch höheres Gardo-Baumlevel. Aber das ist halt, weil jemand sich das erspielt hat. Und dann hat er halt einen einfacheren Bosskampf. Und das würde ich halt denken, dass das durchaus so gebalanced ist auf diesem Niveau. Da geht es noch runter, ob ich das hier von dir gesehen habe. Und dass es auch wieder so ein typischer Trugschluss ist, weil man, weil manche Leute nur so halt wahrscheinlich einigermaßen nachdenken, ist schon, denen zu viel zugestanden, aber denen sagen, ich habe nicht 20 am Ende, was für ein Scheißspiel. Muss man ja alles erkunden. So erstmal, ist ja nicht per se was Schlechtes bei dem Spiel, wenn man viel erkunden muss. Weil wenn es halt so eine schöne Welt ist, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass es halt gut sein kann, dass es gar nicht darauf ausgelegt ist, dass es überhaupt nicht stimmt. Und der Unterschied zwischen den Leveln ist nicht mehr so groß. Das kommt noch dazu. Das sind wir im Angriff irgendwie, dann halt, sind das halt irgendwie 5% mehr Schaden dann oder so. Und bei der, das ist ungefähr, es ist schon spürbar. Also das darf man nicht unterschätzen. Das kann schon den Unterschied ausmachen zwischen einem gewonnenen Fight und einem verlorenen Fight. Und was würde nicht den Unterschied ausmachen zwischen einem Fight, in dem ich gar keine Chance habe und einem Fight, den ich plötzlich schaffe. Es ist der Unterschied zwischen einem Fight, den man, puh, nicht schafft oder knapp nicht schafft und einem Fight, den man, so gut, das ist das Gefährliche. Und einem Fight, den man halt gerade so nicht schafft oder auf 10% nicht schafft und dann doch schafft. Und ich sage mal, die Leute, wenn man sich wirklich beschwert, der Boss ist völlige Scheiße und Bullshit, da bist du nicht bei 10%, da bist du wahrscheinlich bei 60% oder so. Komm ich denn da nicht weg? Das ist sehr, das ist sehr selten, möchte ich mich mal gespannt gleich mal genau angucken. Das wird eigentlich in Elden Ring sehr selten gemacht, dass es da jetzt hier so einen Vorsprung gibt auf einem Felsen, selbst wenn es ein Ort der Gnade in der Nähe gibt, dass ich dann da nicht wegkommen würde, sozusagen. Ich kann natürlich ganz einfach gleich zum Ort der Gnade, weil er einfach nicht weit weg ist und es keinen Unterschied macht, bin ich vorbei gesegelt. Aber dass es trotzdem so Sackgassen gibt, ist ganz selten und das sieht sich auch nicht so aus. Aber hier kann ich hin. Okay. Und das mag ich an dem Level-Design auch total gerne. Mir fällt schon kein Gegenbeispiel ein. Vielleicht gibt es das, aber eigentlich ist es in Elden Ring und From Software spielen auch immer so, wenn du irgendwo hinkommst, dann gibt es auch einen Weg weg. Entweder hat das einen Sinn, dass du da hingekommen bist, weil du da, es gibt schon Sackgassen, aber jetzt nicht so, dass du dich auf so eine Klippe spielst und dann nicht mehr wegkommst, außer dich wegzustepportieren, außer aus ganz spezifischen Gründen manchmal. Aber es ist schon die Sache gedacht, dass du halt, wenn du dich irgendwo so hinbewegst, dass das dir irgendeinen Vorteil bietet, dass es so gewollt ist, dass du ein geheimnis Gebiet entdeckst und, und, und. das wird halt eigentlich immer belohnt. Es muss nicht immer mit einem tollen Item belohnt werden oder ein Item, was man gebrauchen kann, weil es so viele Bills gibt, aber irgendeine Art von Belohnung gibt es eigentlich immer, wenn du das erkundest. Das ist halt auch toll. Das ist natürlich auch eine tolle Belohnung, dass wir jetzt hier in diesem schönen Gebiet sind. Auch das ist eine tolle Belohnung, über die ich mich sehr freue. Krockenblatt. Das ist doch der Typ da hinten an dem Ort der Knall. Ich will immer noch Bonfire sagen. Wer nicht mit mir redet, dann liegt mir seine Rüstung. Mal ganz kurz mein Inventar anschauen, weil wir haben ein paar Sachen bekommen. Sonnenverplaste und leicht beschmutzte Reisekleidung von Geistlichen. So eng um die Arme geschlungen, als würde sie diese damit vor einem Bruch bewahren. Das sind die Armwickel. Das goldene Halsband unter der Brust gehört einer Gruppe geistlicher Suchende an, die als Trockenplatzsekte bekannt ist. Diese Sekte lehnt die Abhängigkeit von anderen in allen Glaubenssachen ab und stellt Selbstdisziplin sowie Selbstgenügsamkeit über alles andere. Da werden Trockenplatzsiegel gefunden. Heiliges Siegel der Sekte erstellt Anrufungen Mikkelers. Diejenigen, die vor langer Zeit den Abbau des Erdenbaums in den gefallenen Blättern erkannten, machten sich für eine Schwächung der Ordnung bereit und nahmen einen strikten Glauben an. Und dann begannen sie, einen neuen Gott zu dienen. Und dann haben wir noch das Schwert gefunden. Ein Schwert, das niemand aus seiner steinerne Scheide ziehen kann. Er liegt in der längst vergessenen in der vergangenen Zivilisation, was angeblich für rituelle Zwecke an Altären des Lichts und der Dunkelheit verwendet wurde. Besprungene Blutsaugerträne. Ristalträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Galdobaums tief im Golemofen sammelt, kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden, erhöht kurz die Angriffskraft, verbraucht aber LP auf Zeit. Ich habe gerade noch ein bisschen über New Game Plus gesprochen. Ja. Das sollte man immer wieder, auch speziell über die DLCs, dass New Game Plus einfach schwieriger ist. Das ist die Level, die Level, die man mitnimmt, die Level, die man bekommt in New Game Plus, machen den erhöhten Schwierigkeitsgrad sozusagen nicht wett. weil das natürlich auch Sinn der Sache eigentlich. New Game Plus, dass das schwerer wird. Und kann mit dem DLC, also wenn Nicole solche New Game Plus 4 rumläuft, Respekt. Das ist sicher noch eine Ecke härter als das, was ich hier spiele. Ups. Ich bin hier mal im normalen Spiel ganz zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann danach auch ganz komplett Elden Ring nochmal im New Game Plus, das ist nicht direkt im Anschluss, aber da werde ich sicherlich noch mal zu dem Spiel zurückgehen, das ist einfach zu toll. also nochmal Elden Ring insgesamt und dann zusammen mit Shadow of the Earth 3 im New Game Plus spielen werde. und dann eben auch mit dem anderen Bild. Das ist noch ein Vieh. Das macht ja auch Spaß, dann nochmal das mit was anderem zu probieren. Die namenlosen Mausoleen waren bis jetzt relativ simpel. Also ich wechsle nicht mal meine Talismane. Wir waren bis jetzt mal ziemlich Okay. Das Moves jetzt mal Langsame Angriffe, die Masse tut. Das war ein anderer Angriff. Nochmal. Das ist ein Buff noch kurz vor er macht, dann ziehe ich das Timing ja gleich. Ja, aber jetzt müsste ich eigentlich in Sinn nach so weit weg. Jetzt sollte ich Angriffe eigentlich kennen, sonst berühren wir die mal vernünftig. Aber diese ganzen aus dem namenlosen Mausoleen sind bis jetzt nicht wirklich schwer. Ich dachte, ich mach noch ein groß nach vorne da. Nicht ganz sicher. Und sie welchen Fight macht. Aber ich genieße mal. Wenn ich den Sprungangriff auch ploppen kann. Ja, die Ginge machen Spaß. Einfach ein bisschen Parry. Dafür sind sie gut. Dein Trank ist alle. Nicht genug goldene Saaten gefarmt. Ich habe auch eine schlechte Rezension dann über Elden Ring. Voll unfair. Der Typ hat viel mehr Heiltränke. Schlechtes Design. Was ist eigentlich? Oh, ein Großkartaner. Raksasa-Helm. Rüstung. Ganze Rüstung. Beinschutz von Raksasa-Helm. Das ist natürlich geil, wenn du wirklich gut bist in dem Spiel und wenig getroffen wirst. Also No-Hit-Run machst, wenn du eh nicht getroffen wirst. Super. Niederwind und Verschling. Nur diejenigen, die den Zyklus ohne Unterlass wiederholen können, wirklich Raksasa werden. Das gleiche. Ein Großkartaner mit für immer blutbefleckter Klinge. Waffe Raksasas, der tötet und verschlingt. Die Waffe eines Bärsäckers, die gegnerische Angriffe aushält, um selbst mit vollem Zorn zurückzuschlagen. Im Angriff sinkt die Wahrscheinlichkeit des Trägers durch Abwehrkonto ans Taumeln zu geraten, leidet aber auch erhöhten Schaden. Talent Gras-Schneider führt sensenartige Querschnitte aus, haben wir gesehen. Mit dem Schwert die Männer fällen wie Grashalme. Weitere Eingaben können in Angriffsplanung fortführen, wie die Ausdauer erreichen. Ein Großkartaner. Mit Blutverlust. Skaliert mit Akan. Oh, ein bisschen. Akkana-Move-Set natürlich. Stopp. Blutige Ströme war das. Ach, das war ein Großkartaner. Großkartaner ist denn neu? Das kenne ich doch. Großkartaner. Geschicklichkeit. Blutverlust 55. Das kommt mir doch. So, ja. Das sieht auch eher nach Großkartaner aus. Das konnte ich mir auch vorstellen. Die Moves haben ja eben ja von ihr schon gesehen. Ich muss mir gut vorstellen, dass das Spaß macht, wenn man sich ein bisschen auf das Moveset eingelassen hat. ein bisschen heller geworden hier draußen. Ist ja nicht ganz verkehrt. So, oben. Aber auch noch nicht alles erkundet. Müssen wir gleich mal schauen, wo ich... Aber hier direkt davor. Ach, das ist kurz im Dorf. Das ist eine Ebene höher. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Mit den Orten der Gnade, an welchem Level, auf welcher Ebene die so liegen. Lass mich mal in Ruhe. Ich will auf die Karte gucken. Welcher Teil ist das da? Das oben? Das ist vom Ort der Gnade hier, oder? Mit dem anderen. Ja. Ist das bei dem Ort der Gnade oben noch was? Vielleicht. Müssen wir gleich noch mal gucken. Kleinen Abstecher muss ich noch mal machen. Nein. Genau dazwischen durchgeglitscht. Das ist aber auch viel, weil ich das dachte, ein bisschen schuld. Das meinte ich halt vorhin. So Schlampigkeit und immer bestraft. Und so ein bisschen so... Die Frage ist, wie komme ich dann von da? Ich will jetzt nicht hier lang und dann komme ich so schlecht. Obwohl, das geht auch. Machen wir das eben. Ich fürchte, dass ich halt... Wenn ich jetzt ganz einfach nach unten gehe, dass ich da dann nicht vernünftig zu meinen Rügen komme. auch von 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 hier geht es auch nach unten aber es hilft mir halt nix nichts zu machen möchte denke ich mal ich erforsche den weg dann weiß ich ob hier noch etwas wichtiges ist aber ich denke das wird nur einfach ein alternativer weg herunter sein jetzt bitte vor allem nicht sterben die sind nicht ungefährlich geht schon aber wenn man halt ein bisschen scheiße macht man auch ganz schnell tot bei denen vor allem wenn ich jetzt hier noch am sack habe dabei gefährlich nein 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 genau das meint ich weiß eigentlich ich hätte nicht einen anderen weg gehen dürfen wenn meine runen dahinten liegen die stelle ist aber auch arschig mit ewig vielen von diesen man so dumm in letzter folgen schon einige runen weggeschmissen leider das ist auch noch ein anderes gebiet wo man hier hinkommen ist und schickt dich halt weg wir haben schon wieder 70 ruhen zurück was wir da die kombination ist so übel alleine geht der aber mal zusammen mit den ganzen fliegenviechern das ist echt nicht nett vorhin mit torrent also billig jetzt das spiel bestraft hat immer so schlampigkeit was will ich jetzt hier ist doch scheiße ist doch wasser was ist doch noch die schildkröten drin ok ich dachte es ist schlimmer auch flach da sind auch die schildkröten drin ok ich dachte es ist schlimmer schildkröten brudis zeigen dass alles okay ist so kurz orientieren wenn ich jetzt ist es hat mich jetzt gestresst also mein shit verloren habe na dann hast du ein hippo ein bisschen verwarzt aus dem wald nicht erkannt habe es hat ein bisschen durch den überhängenden teil da oben das war mir etwas anders aus verlangen um ist der hippo wie schwer so ein normales hippo in der freien wiesbahn ist ja 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 ich bin grad gerollt ich hab gedacht da macht er gleich den follower ich hab gedacht da macht er gleich den follower da ist er auch das habe ich nicht gesehen, was wir bekommen haben oh, das ist gerade ein Fragment, einfach durch das Hippo? das ist ja ein Ding ok, kann man, dass die ausgestorben sind juhu ok da ja, eine Zone zu lang, eine ist eine Zone ach, die Zone zu lang ist nicht so schlimm, weil sie viel Schaden machen wie ich ok so kaufen wir gleich eine Dauerkarte für den Zoo wo ist das nächste Nilpferd wenn ihr fährt kommt man von hier aus nicht weiter ok 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 von hier aus nicht weiter hätte ich es eh schon fast gehabt das ist aber extra frustrierend wenn es alles unnötig war wie ich gestorben bin und was da irgendeine verbindung hat natürlich zuerst machen sollen nicht doof man da gibt es hier gar nichts mehr zu tun aber wie kommen wir denn überhaupt ach hier geht es runter wir müssen ja irgendwie wieder zurückkommen oder runter so hey dann einmal aufleveln in skali baum ich denke trotzdem ist der beste weg nochmal da lang zu gehen wie gerade eben wir haben jetzt schon 14 ob so schlecht sind wir nicht unterwegs krasantes aufsteigen wenn ich jetzt hier runter da hin ja machen wir das erstmal auf dem anderen weg da hin ist was anderes wo sind jetzt hier die wiesen das ist auch einigermaßen fern zwar hat nicht in so eine sackgasse sich meine frühen kann an der stelle ist durchaus drin wäre es man sagt man muss von oben gucken wo man lang geht aber eigentlich noch nie passiert dass ich dass ich dann aufnehmen auf so ein tableau war und dann nicht weitergehen konnte es ging eigentlich immer von da ist auch sehr nett da bin ich vorhin runtergefallen mit torrens hat mich viel gekostet das ist ein bisschen hier muss dann aufpassen ich ich Da kommt man Das muss ich mir auf jeden Fall noch merken, dass wir an der Seite hier nochmal runter gehen. Das war der Arschweg, aber das geht schon. Okay, wo seid ihr? Einer ist da. Einer ist zwei. Ey! Das sieht ihr doch kaum hin. Ihr lebt doch halt schön weiter in eurer Giftsuppe hier. Manic Sehinkern. Okay. Was haben wir hier, lustige Katakomben, den Teil noch, den Teil, dann gucken wir mal. Hä, ist ja in den Haarock gleich. Dunkellichtkatakomben. Tja, wir sagen, die Dunkellichtkatakomben, die erforschen wir in der nächsten Folge. Dann Todesritter wieder am Ende auf uns wartet, die wurden ja auch zunehmend schwerer jetzt. Das sind schon, obwohl ich die immer gut besiegt habe bis jetzt, habe ich Respekt vor denen. Die sind potenziell gefährlich und heilen sich und so, die sind unschön. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, dann in der nächsten Folge ab in die Dunkellichtkatakomben.